An der AWM gefällt mir, dass hier viele Menschen aus verschiedenen kulturellen Zusammenhängen zusammenkommen. Menschen, die viel erfahren können. Ich liebe, dass man hier eine Vielzahl von unterschiedlichen Menschen kennenlernt. Dass man auch als Quereinsteiger studieren kann. Ich mag es hier in den Kursen, meinen theologischen Horizont zu erweitern und von Dozenten aus der Praxis zu erfahren. Ich habe hier an der AWM gelernt, um ein reflektiver Praktiker zu sein. Und das ist etwas, das ich Ihnen allen empfehle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017